Zabst du da was geht und damit ein herzliches Willkommen zurück. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass das Video nicht so ganz von der Uhrzeit so hochgeladen ist, wie es sonst der Fall ist. Denn es ist ein spontanes Infovideo, weil morgen kommt ein anderes Video, das habe ich heute erst produziert und ich habe komplett vernachlässigt, dass ich heute eigentlich auch noch ein Video hochladen muss. Und zwar, heute Abend kommt ein kleiner Livestream, denn unser Spielmodi, der jetzt hier auf diesem Netzwerk endlich vorhanden ist, das heißt, wenn wir hier drauf joinen, sehen wir erstmal, der City World Nature ist gerade nicht online, der ist zumindest über den Kompass leider im Moment nicht erreichbar. City World Eye ist ganz normal und wir sehen hier ein Schwert. Und was das für ein Spielmodus ist, könnt ihr entweder jetzt nach diesem Video selber einmal gucken, aber ihr kommt halt noch nicht drauf, ihr könnt euch das im Moment noch nicht angucken. Das heißt, wir sehen uns dann heute Abend um 19 Uhr wieder, da werde ich den Spielmodi für euch dann auch öffentlich machen, das heißt, ihr könnt dann auch drauf joinen und das heißt, wir können dann einmal alle zusammen eine Runde spielen, zwei Runden spielen, wie auch immer. Wir spielen auf jeden Fall ein paar Runden und seid auf jeden Fall mit dabei. Bis nachher. Ciao!